Du willst auch laufen? Sehr gut! Und du möchtest dich gut vorbereiten? Na, besser! Schauen wir uns doch mal an, welche Übungen wir als Läufer brauchen können. Was gehört in so ein Trainingsprogramm? Welche Übungen sind schlau? Was ist nicht so wichtig? Was kann ich machen, wenn es etwas zieht? Wenn es etwas Verspannungen hat? Was ist die Ursache? Das wollen wir diesem Video angehen. Also, probieren wir es aus. Laufen ist eine Ganzkörperbelastung. Und darum macht es Sinn, dass wir auch das Laufprogramm von einer ganzheitlichen Sicht ansehen. Und darum schauen wir, welche Gelenke wir mobilisieren müssen, welche Gelenke wir stabilisieren müssen. Und welche Muskeldruppen brauchen Kraft, somit sie für eine gute Laufhaltung, aber auch für einen guten Antrieb sorgen. Das ist das Thema von heute. Bei unserem Warm-up nutzen wir den Joint-by-Joint-Approach oder Ansatz von Greg Cook. Mit diesem Ansatz kann man nichts falsch machen. Es ist ganz einfach zu merken. Und zwar fangst du unten bei den Fussgelenken an und arbeitest dich bis hoch zu den Schultern. Okay, erste Übung. Wir tun die Fussgelenke mobilisieren. Für das gehen wir an die Wand, die Knie an die Wand und schieben das Knie an die Wand, ohne dass die Bärse sich hält. Ich mache das zehnmal. Pro Seite. Ich versuche wirklich das Knie an die Wand anzubringen. Okay, jetzt noch zehnmal. Ich zie, das geht's nach rechts. Okay, jetzt noch zehnmal. Ich zie, das geht's nach rechts. Und dann noch zehnmal. Und dann noch zehnmal. Die zweite Übung ist die Stabilisation des Kniegelenks. Für das machen wir 5 Ausfallschritte nach hinten mit rechts. Hier schauen wir, dass das Knie stabil über dem Fussgelenk bleibt. Wenn wir 5 Hände haben, machen wir das Gleiche mit links. Knie bis zum Boden führen, das rechte Knie bleibt stabil über dem Fussgelenk. Jetzt machen wir den Schritt nach aussen. Auch hier sofort das Knie über das Fussgelenk bringen. 5 Mal. Und die 7. Kommen. 1 2 Und den Körper schön aufrecht behalten. Wie? 4 Und 5 Übung 3 zielt auf Mobilität in den Hüften ab. Für das machen wir 10 Ausfallschritte. Nehmen aber den Armen zu. Macht den eher langsam, sodass wir einen schönen Stretch über den Hüftbeugel haben. Ok? Und 1 1 2 Du kannst die Beine alternieren. 3 4 Du siehst, sie haben einen deutlich grösseren Schritt. 5 6 7 8 9 9 Und 10 Gut. Dann möchten wir Lendenwirbelsäule stabilisieren. Wir machen es folgendermassen. Wir gehen in Stürz. Gehen wir in eine Plank, sodass deine Schulter über den Ellbogen sind. Körper gestrickt. Und jetzt setzt du hier die Knie am Boden. Ok? Was wir machen, ist die Knie abheben, kurz halten, absetzen. Ok? Ich mache das 10 Mal. Ready? Und Höch Und tief Und Höch Und Absetzen Und Höch Gute 5 Sekunden. Absetzen 3 Sekunden Pause Und Höch Und Tief Und Höch Und Tief Noch 4 Mal. Höch Und Höch Und Und Pause Noch 3 Mal. Höch Höch Tief Noch 2 Mal. Höch Höch Tief Höch Und Höch Und Höch Und Probe höch 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 Und Höch 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 Und lösen. Ich denke da sind wir beim Warm Up, also laden auch genug Zeit. Klarität vor Quantität. Machen da die andere Seite genauso schön wie die erste. Ready und go. Hüften hoch, die Schultern über dem Ellbogen. Gut atmen. Wir haben die Hälfte, das heisst noch 10 Sekunden. Spür die Kraft. Und hause. Gut. Das nächste Gelenk, das wir bearbeiten wollen, ist die Brustschübelsäule. Für das nehmen wir eine Rolle. Legt uns mit den Schulterblättern auf die Rolle drauf. Gesäß bleibt am Boden. Wir stützen den Kopf. Und wir gehen 10 mal hinten runter. Beim Ausatmen tief. Einatmen hoch. Die Spannung von vorher nehmen mit. Stabiler Rumpf. Gesäß bleibt am Boden. Gehen wir die Hälfte. Zusammen. Entspann dich beim Dribbelnen. In. 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 Gut atmen, mit dem Ausatmen einfach rein sinken lassen und spüren, wie beweglich deine Brustwirbelsäule ist. Nach der Brustwirbelsäule geht es wieder um die Stabilisation von deinen Schulterblättern. Für das gehen wir in den Oberkörper vorgenehmten Position, die Hände führen und ziehen die Elbe hoch zur Decke. Der Daumen zeigt, auch hier zehnmal kraftvoll und gehen zusammen. 1, die Schulterblättern so richtig zueinander. 2, 3, 4, Achtet darauf, dass dein Kopf stabil bleibt. 3, 5, 6, 7, 8, 9 und der letzte noch. In der letzten Übung nehme ich meine Rolle zur Hilfe, du kannst aber auch einen Ball oder ein Kissen nehmen und mich klemmen die Rolle an den Hüften ein. Drücken die Hüften gegen die Wand. Und jetzt von da nehme ich den näheren Arm zu der Wand. Höch, drehe mich und wieder zurück. grossen Kreis. Ich arbeite auch gleich als zwei Sachen. Einerseits Mobilität von der Brustwirbelsäule, aber andererseits auch Mobilität der Schulter. Ein weiterer Punkt. Ein weiterer Punkt. Ein weiterer Punkt. Ein weiterer Punkt. Okay. Ich schaue den Handel an, grossen Kreis, gleichzeitig immer der Scheitel zur Decke. Der letzte hinab. Das war unser Warm-up. Wie gesagt, du kannst noch nichts falsch machen. Jetzt sind wir vorbereitet für unseren Kraftteil. Bei diesem Kraftteil haben wir 5 Übungen. Wir machen alle ganz einfach zwei Sätze, zwei Erholungen mit kurzer Pause. So viel, dass wir uns gut erholt fühlen und die gleiche Kraft und die gleiche Qualität nochmal darlegen können. Fangen wir an mit dem vorderen Skibeinmuskel. Dafür nimmst du ein Band, schlauchst ein und entweder hältst du es mit einer Hand. Das hilft dir auch, den Oberkörper aufrechtzuerhalten. Oder du kannst es auch einfach unter anderem den Fuss umlegen. Okay? Dann ist die Bewegung, das Fussgelenk zu beugen und zu strecken. Die Tans aktiviert meinen Skibeinmuskel. Gut. Ich mache jetzt die erste Variante mit Heben. Oberkörper aufrecht. Jetzt ziehen ich. Die Fuss spitzen zum Skibein. Und wieder lösen. Ziehen. Lösen. Drei. Mögelst immer ganzer Bewegungsumfang. Vier. Dann merkst du, den Bewegungsumfang wird kleiner. Dann weniger Widerstand nehmen. Ein schwächeres Band. Guter Rhythmus. Nicht speziell schnell. Auch nicht speziell langsam. Sekunden ziehen. Kurz halten. Wieder lösen. Letzten zwei. Und lösen. Jetzt gebe ich dem Skibein ein paar Sekunden Pause. Es soll schon so sein, dass du eine gute Reise spürst und eine Pause machen willst. Wenn du jetzt sofort weiter machen kannst, überlege dir, ob du vielleicht einen stärkeren Widerstand einsetzen willst. Ich zeige die Variante, wo ich das Band nicht hebe. Dann strecke ich mein rechter Bein. Mein linker Bein ist leicht angewinkelt. Ich belaste links. Einer. Zwei. Drei. Und durch Positionierung, wie weit ich die Fäse da jetzt auseinander habe, kann ich den Reiz oder den Widerstand steuern und ein wenig mehr zugeben. Die Übungen schwieriger machen. Letzten drei. Zwei. Einer. Und lösen. Gut. Gut. Das Gleiche mache ich auf der anderen Seite. Auch wieder. Ich mache jetzt die erste Variante. Einschlaufen. Zwei. Mit dem Fuss Druck geben. Mit dem Fuss Druck geben. Das macht Bezug und hält mich da fest. Bleiben aber aufrecht. Okay. Und ich ziehe ihn. Eins. Zwei. Zwei. Da kann ich die Pause etwas kürzer machen, weil ich jetzt einfach den Beinwechsel mache. Zwei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Gute Zeit Pause. Experimentiere auch ein wenig mit der Bewegungsrichtung. Du kannst dein Fuss gehen. das Gelenk ganz gerad ausrichten und ziehen strecken. Oder du kannst auch ein bisschen die Fussspitze nach innen ziehen und dann nach aussen rotieren. Okay. Spiele in dieser Bewegungsrichtung. Und spüre wie sich das Licht verändert. Wenn du da verschiedene Richtungen wählst. Okay. Wir machen jetzt zwei Pisatz. Für den Unterschenkel. Vorne. Und dann mache ich wieder eine hüftgeleinsbreite Position von den Füssen. Strecke mein linkes Bein. Und lasse meinen Fuss ein wenig nach innen ziehen. Und dann drehe nach aussen. Gleichzeitig ziehe mich hoch. Einen. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Gut. Jetzt ist der zweite Satz. Dort darfst du schon spüren, dass die Skyebeermuskeln ein bisschen mühe werden. Okay, kommen wir zu der nächsten Übung, das betrifft die Hinter-Oberschenkelmuskulatur. Auch hier können wir das Miniband wieder einsetzen. Und zwar gehe ich mit dem Band durch den linken Fuss, stehe auf dem Band drauf, hebe mit der rechten Hand und die Bewegung ist jetzt rechts Bein nach hinten führen, den Oberkörper senken und hoch kommen. Wir machen das zehnmal, gehen wir miteinander und tief ein. Wir machen das kraftvoll, das Standbein leicht anwinkeln, zwei, drei, neun, denk dich lang, Oberkörper bleib gestrickt, fünf, sechs, sieben, acht, neun, und eine letzte, zehn. Herab, kurz lösen, das ist die Spannung im Hinter-Oberschenkel zu spüren, und natürlich Rücken, Gesäßmuskulatur, ist aktiv, ist unter Spannung. Wir machen das Gleiche auf der gleichen Seite nochmal. Und je nach Balance, kannst du das Ganze mit absetzen, oder eben nicht absetzen machen. Das heisst, wenn du die ganze Zeit das Bein Luft hast, dann sicher einen höheren Anspruch an deine ganze Beinmuskulatur, an deinen Rumpf. Okay? Band nehmen, um den Fuss herum, gross machen, und wir gehen tief, und eine, zwei, Achtung, damit du die Hüfte richtig durchsteckst. Drei, vier, auch Spannung zwischen den Schulterblätten. Man lernt das Band die Schultern nicht rausziehen. Zwei, zweite Hälfte, sechs, sieben, schön ruhig, bewegen, ruhig atmen, acht, neun, und zehn. Lösen, auch da. Wir machen den Beinwechsel, also machen wir eine kurze Pause. Machen wir uns bereit. Ready. Linke Hand, rechter Fuss. Und wir gehen. Tief, Bein leicht anwinkeln. Einen. Vielleicht brauche ich erst ein paar Wiederholungen, um in die Bewegung hineinfinden, die Balance finden, auf der neuen Seite. Rü. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun. Und zehn. Lösen. Kürzer lockern. Kürzer lockern. Gut. Also die Schultern auch, auch ein wichtiger Teil, obwohl das Bein kräftiger. Aber wir wollen die Stabilität im Rumpf haben. Das heisst, wenn ich runter gehe, dann behalte ich die Schultern da hinten. Okay? So kurz geht. Gleichzeitig stabilisieren wir das Schulterblatt am Rumpf. Okay. Zweiter Satz. Auf rechts. Gross machen. Stabile, stolze Labine. Und wir gehen tief. Fünf. Eine. Zwei. Drei. Lade den hintere Fuss zum Boden zeigen. Vier. Zwei. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Immer schön gestrickt bis zum Schluss. Neun. Und der letzte. So, und wir lösen. Gut, das ist der Einbeiling in der Drift, mit dem Band. Gut, für den nächsten fokussieren wir auf den ganzen Rücken, vor allem der unteren Rücken wird der Anspruch. Also, wir gehen mit den Händen auf die Knie, gleiten den Oberschenkel ab, bis wir in einer Vorlage sind. Und das Gewicht ein bisschen auf den Knien. Jetzt nehme ich die Hände weg, hinter den Kopf. Und von da aus mit stabilen Hüften rolle ich ein und strecke mich und schaue zu den Deckel. Wir machen das zehnmal. Einholen, aufschauen. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Lösen. Gut, also wir werden hier die ganze Birbelsäule und Muskeln im Drun von der Birbelsäule kräftigen, stabilisieren. Und wichtig auch, dass wir hochschauen, damit wir den Nacken da drin haben. Und er soll ruhig und kräftig sein. Okay? Den ganzen Bewegungsumfang von oben bis unten den ganzen Strang ausnutzen. Okay? Machen wir den zweiten Satz. Ready? Und wir gehen tief. Hände hoch. Rollen ein. Und... Einen. Zwei. Richtig rund machen und wieder strecken. Drei. Vier. 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 Sechs. Sieben. Vier. 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 Acht. Neun. Zehn. Und gut. Also. Drei haben wir. Zwei bleiben. Nächste, wir machen eine runde Liegestütze. Die Liegestütze machen auf eine spezielle Art und Weise und zwar gehen wir langsam runter, so dass der Oberkörper bis zum Boden kommt. Wir gehen Oberkörper und Bein abheben, spannen richtige Schulterblätter an und kommen dann als Einheit wieder hoch. Erstens Spannung zwischen den Schulterblätten, Spannung auf der ganzen Rückseite wie wir alles anheben und dann aufgedrücken, Spannung im Rumpf als Einheit hoch. Wenn das noch nicht als Einheit hoch geht, wenn das passiert, dann mach es auf den Knie, geh noch tief, anheben, Knie und hoch. Ok, 10 Stück, 2 Sätze, ready? Und wir gehen tief, anheben, 1, 2, Du, man kann hier nach oben zeigen, 3, Spannung blick nach oben, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, Pause. So, das ist vielleicht eine, die man etwas länger Pause braucht. Viel Muskelmasse aktiv, grosse Muskeln aktiv. Vielleicht merkst du, du bist ein wenig am Atmen, mehr am Atmen als vorher. Das ist ok. Gut lockern. Lass dir an die kleinen Details, wenn du unten bist, den Daumen nach oben zur Decke zeigen, die Schulterblätter zueinander, den Kopf nicht nach vorne strecken, sondern nach unten schauen. Denk ein wenig an die Doppelkinihaltung oder das Kini eher zum Brustbein hinzuziehen, wenn du dich alles zuvor weg streckst. Ok, 2. Satz. Packen wir es an. Jetzt gehen wir da in den Stütz. Und wir gehen. 5, 4, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 8, 5, 1, 2, 3, 3, 4, 5, 5. An einen langen Scheitel führerschieben. Schulteblätter zueinander. Und als Einheit hoch. Noch die letzten 3. Noch zwei Mal und der letzte. Tief, spannen und hoch. Gut. So, wir stehen da mal auf. So, wir haben die ganze Rückseite, wir haben den Rumpf. Und jetzt, als Abschluss von diesem Kraftteil, können wir die Beine mal ein bisschen bearbeiten. Wir machen das mit Ausfallschritt. Und zwar so, dass wir unten starten, kurz halten, springen, stabilisieren, halten, springen. Okay? Bei diesen Sprüngen ist es wichtig, dass du mit beiden Füssen gleichzeitig landest. Dein Knie sofort über den Fuss bringst. Achte darauf, ob dein Knie nach der Landung nach innen oder nach ausser weg geht. Probiere, so schnell wirklich zu kontrollieren. Und zu korrigieren, falls es passiert. Okay? Zehn Sprünge. Aber langsam kontrolliert, vor allem bei der Landung. Wir sind ready. Und wir können tief. Und eine. Zwei. Drü. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ocht. Neun. Und zehn. Pause. Wichtig, dass wir jetzt die Automatismen lernen, immer wieder in den Situationen, in denen wir den Fuss gehörn machen, bewusst machen können, dass die Knie die Kontrolle des Knie suchen, dass wenn es später, wenn du über den Wald rennst, über einen Stein und plötzlich kommt eine Wurzel, ein Stein, wo du abknischst, damit dein Körper weiss, wie er sofort wieder ausrichten muss. Damit der Körper weiss, was heisst gerade. Und das müssen wir jetzt beibringen. Wir machen es in einem kontrollierten Umfeld. Okay. Zweiter Satz. Zehn Sprünge. Das ist der Schluss von unserem kleinen Kräftigungsteil. Ready? Wir gehen tief. Und eins. Zwei. Drei. Vier. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ocht. Nün. Zwei. Löse. Gute Schmaufe. Und erholen. So. Danke vielmals fürs Mitmachen. Ich hoffe, du fühlst dich kräftiger, stabiler, mobiler. Und nimm das Workout mit. Mach es regelmässig. Und zwar empfehle ich, in der Vorbereitungsphase das sicher zweimal in der Woche zu machen. Nachher, wenn du dann viel am Laufen bist, das Laufvolumen hoch ist, eher auf einmal in der Woche zu reduzieren, als Erhaltungstraining. Dann, wenn du möchtest, schau doch die nächsten zwei, drei Minuten weiter. Mach dir einen kleinen Exkurs, warum wir genau diese Muskelgruppe trainiert haben. Zusätzlich empfehle ich dir, nach einem Workout, vor allem nach Lauf-Einheiten, wo du die Spannungen, die Belastung wirklich merkst, nimm doch eine Rolle, rolle deine Muskeln aus und auch da wieder, denke in dieser Kette. Denke nicht nur dort, wo vielleicht ein Schmerz oder eine Spannung vorhanden ist, sondern denke weiter und bearbeite das. Es ist keine Garantie, dass das sofort etwas nützt, aber ich kann dir eines garantieren. Du kannst nicht verlieren, du kannst nur profitieren. Entweder, du lernst etwas und es ist, du triffst gerne auch das und du hast einen positiven Effekt durch das Rollen, durch das Stretchen, durch die Kräftigungsübungen. Oder, du machst ein Zeitchen und es ändert sich nichts und du weisst, du lernst daraus, was du nicht mehr machen musst, wo du keine Zeit mehr investieren musst. Also, so oder so, du bist auf der Gewinnerseite. Also, mach weiter, bleib dran und bis bald. Warum trainieren wir denn nicht nur die Beinmuskulatur, wenn wir ja rennen gehen? Ich möchte das anhand meiner Miniband und meiner Minibandleitbahn demonstrieren. Jedes Band steht hier für eine Faszien oder vereinfacht gesagt eine Hülle eines Muskels. Hier unten haben wir das Skibein und das Band, die Leitbahn, die durchzieht meinen ganzen Körper von Fuss bis Kopf. Und jetzt, wenn ich irgendwo ein Problem mehr habe, vielleicht zieht es etwas fest, aber regelmässig, immer nach dem Laufen, dann kommt genau das zum Spielen. Nämlich, wenn irgendwo Verspannung vorhanden ist, oder Verkürzungen, wie man es auch immer nennen will, dann hat das immer Einfluss auf die ganze Kette. Okay? Wenn das da oben ist, immer rum, im Oberschenkel, im Schreibein, es beeinflusst alles. Und darum, wenn wir so etwas angehen, nicht nur auf den Ort starren, wo es vielleicht wehtut, sondern wir ziehen die ganze Kette mit ein. 딱 ein. Da sagt, dass die Laufen da oben zieht nicht in die Kriste, Sie sagen zu wollen, wo es vielleicht weiß, nicht in eine Dame ist, die ramide kommen darf. Vielen Dank.